Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und momentan, Kata, wir machen was wirklich richtig doll cooles. Und zwar müssen wir in Snapper gehen und dort eine wirklich richtig doll sichere Base bauen. Das wird so cool! Oh, ich bin so gespannt. Oh, das wird voll nice. Oh, warte mal, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen Holz holen, weil wir brauchen natürlich auch ein Portal. Und aus welchen Blocken wollen wir die Base bauen? Wir müssen die Base aus wirklich richtig doll sicheren Blocken bauen. Okay, warte mal, Kata, ich habe schon sechs Holz. Da kann ich schon ein Crafting Table machen. Oh, und wir müssen auch unbedingt ein bisschen Eisen finden und auch Diamanten, um das Obsidian abzubauen. Um das Portal zu bauen, das wird so nice. Okay, okay, hier ist der Crafting Table, bitteschön. So und so, dann würde ich sagen, ich mache mir auf jeden Fall eine Holzspitzhacke. Ja, damit baue ich ein bisschen Steini ab. Sehr nice, bitte ein bisschen Steini. Moment mal, denke ich hinten zum Berg. Das wird so cool, Kata. Und einmal bitte ganz viel Stein abbauen. Oh, oh, dann brauchen wir auch noch Diamanten. Okay, warte mal, da baue ich hier auf jeden Fall schon mal die ganzen Steine ab. So und so und so. Ich habe schon drei Steine, jetzt habe ich vier Steine. Sehr cool, da müssen wir auf jeden Fall einen Ofen machen und auch natürlich ein paar Steinspitzhacken. Dann müssen wir Eisen finden und mit der Eisenspitzhacke können wir die Diamanten abbauen. Oh, stimmt, so cool. Oh ja, und warte mal, Kata, ich habe jetzt auf jeden Fall schon 14 Steinis. Oh, sehr nice. Hier ist Kohle, hier ist Kohle. Oh ja, Eisen brauchen wir auch noch. Oh, das stimmt. Okay, okay, ich hole hier auf jeden Fall schon mal die Kohle mit. So und so und so. Bitte hier die Kohle und so und so. Das wird alles abgebaut. Oh, richtig doll nice tatsächlich. Dann hole ich hier noch ein bisschen Kohle mit. Hm, sehr nice. Okay, okay, Kata. Dann crafte ich auf jeden Fall eine Steinspitzhacke und einen Steinofen. Hm, au, mach das. So, warte mal, ich gehe mich ein bisschen weiter runter graben und schaue, ob ich irgendwie vielleicht eine Höhle finde. Oh, das wäre sehr cool. Okay, so und so. Ein Ofen, bitte schön. Und zack. Und dann mache ich mir natürlich noch eine Steinspitzhacke. Au, und hoffentlich finden wir ein bisschen Eisen. Das wäre sehr nice. Das stimmt, das wäre ich. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Oh, sehr nice. Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Und Moment mal, Kata, dann mache ich dir natürlich auch noch eine Spitzhacke. So und so und so. Eine Spitzhacke für die liebe Kata. Und zack. Sehr gut. Okay, okay. Jetzt sind wir tipptopp ausgerüstet. Und warte mal, ich komme zu dir. Und zack, 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 zack. Ab nach unten. Kata, hallo. Du hast dich ja schon richtig doll tief nach unten gebuddet. Und ich sehe hier Eisen. Ich sehe hier Eisen. Sehr gut. Okay, das hier kann ich alles schon mal abbauen. Oh, das wäre wirklich so cool. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon drei Eisen. Vier Eisen. Hier ist noch mehr Eisen. Oh, wie cool. Und zack, das bitte abbauen. Und das bitte auch abbauen. Und hier ist noch mehr Eisen. Kata, hier ist so doll viel Eisen. Was ist denn hier los insgesamt? Und so und so. Oh, ich höre Zombies. Oh, oh, vielleicht finden wir eine Höhle. Ich glaube schon. Warte mal, hier ist auf Erde. Meistens ist dann irgendwo hier auf jeden Fall eine Höhle. Und ja, habe eine gefunden. Oh, sehr gut. Moment mal, da geht es hier weiter nach unten. So und so und so. Und hops und hops. Hallo, Kata. Oh, ist hier viel Eisen. Warte, kannst du mir was geben? Da ist ein Zombie. Bitteschön. Hinter dir ist ein Creeper, hinter dir ist ein Zombie. Oh, da ist ein Creeper. Oh, Kata, pass mal auf. Moment mal. Ich setze die Creeper weg. Autschi. Hier ist so viel Eisen und so viele Zombies. Und da hinten sehe ich sogar ein bisschen Gold. Was ist denn hier los? Oh, sehr nice. Nicey, guck mal. Kata, das ist doch ein Skelett. Pass bloß auf. Oh, hier ist so viel. Das ist auch ein Creeper, der Zombie. Der kommt hinterher. Hey, okay, okay. Dann baue ich hier auf jeden Fall schon mal das ganze Eisen ab. So und so und so. Hm, sehr gut. Und Moment mal, Kata. Ich würde sagen, ich gehe wieder nach oben und brate das ganze Eisen. Oh, mach das. Und warte mal, dann nehme ich noch das Eisen raus. Und ich habe wieder 40 gebratene Eisen. Okay, daraus mache ich auf jeden Fall zwei Spitzhacken für uns beide. Moment mal so und so aus. Sehr nice. Jetzt haben wir Eis und Spitzhacken. Dann würde ich sagen, ich mache erst mal ein Oberteil und noch ein Oberteil. So und so aus. Sehr nice. Wir sind tiptop ausgerüstet und auch zwei Schuhchen. Und da kann ich auf jeden Fall noch eine Hose machen. Wir sind so, so doll gut ausgerüstet, Kata. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich komme wieder zu dir. Und wir können zusammen richtig doll viele Diamanten suchen. Hallo, Kata. Oh, da ist ein Creeper. Wow. Kata, ich habe eine am Herzen. Warte mal, ich habe noch ein bisschen Rüstung für dich. Danke. Und bitteschön. Oh, kriege ich ein bisschen was zu essen. Klar, guck mal. Dankeschön. Sehr nice. Okay, okay. Wir sind jetzt tiptop ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir gehen Diamanten suchen. Dann geht es hier entlang. Oh, hier geht es richtig doll tief nach unten. Oh, shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe nach oben. Warte mal. Oh, das sind Diamanten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, Epic. Warte, ich kann die vielleicht da reinschubsen. Oh, yeah, yeah. Kata, pass los auf. Was ist denn hier los? Oh, das sind einfach die Diamanten. Okay, warte mal. Ich habe ein paar Blöcke. Da können wir uns rüberbauen. Oh, das ist ja sehr nice. Bitte rüberbauen und bloß nicht in die Lava blumpsen. Bloß nicht in die Lava blumpsen. Hallo. Oh, oh. Okay, okay. Dann hole ich hier noch ein paar mehr Blöcke. Das sind noch mehr Diamanten. Oh nein. Oh, das ist super Lava. Das ist so nice. Oh, das stimmt. Oh, die Diamanten werden abgebaut. So und so und so. Oh, sehr nice. Moment mal. Ich habe schon fünf Diamanten, sechs Diamanten und sieben Diamanten. Oh, wie nice ist das denn? Und warte mal. Aus den Diamanten können wir uns jetzt auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke craften. Das ist so nice. Und da können wir Obsidian abbauen und uns ein Nether-Portal bauen. Oh, ciao mal, Kata. Wir haben elf Obsidian abgebaut und können jetzt hier das Obsidian-Portal bauen. Oh, bitte richtig bauen, ja? Ja. Okay, warte mal, Kata. Ich habe hier ein bisschen verbaut insgesamt, aber hier wird das Portal gebaut. Jetzt können wir hier wieder nach oben gehen. Ja. Und so, da geht es noch eins nach oben. Dann können wir das hier hin platzieren. Und zack, und zack. Und das Portal ist fertig. Sehr nice. Und bye, bye. Au. Au, au. Ab ins Portal. Das wird so nice. Oh, meine Erde. Oh, und schau mal, Kata. Wir sind im Nether. Und oh. Pigman. Oh, ein Pigman. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pass auf. Äh, der Pigman redet mit mir. Warte mal. Er sagt uns, dass eine Milchwelle auf uns zukommt. Was? Eine Milchwelle? Was denn hier los, Kata? So eine riesige Milchwelle im Nether. Was ist denn hier los insgesamt? Und Moment mal, Kata. Wir müssen eine richtig doll sichere Base gegen die Milchwelle bauen. Oh, das kann so gar nicht gut. Moment mal, Kata. Ich spring hier rüber. So und so und so. Nee. Au, und vor allen Dingen. Wir müssen uns richtig doll schnell beeilen, eine wirklich richtig doll sichere Base zu bauen. Weil die Milchwelle kann einfach jederzeit kommen. Und warte mal. Wollen wir unsere Base hier bauen? Au, hier sieht es schön aus. Guck mal hier, guck mal hier. Hier ist eine Kiste. Oh, warte, warte, warte. Was ist denn hier in der Kiste drin? Hier ist Bedrock drin. Au, nice. Und goldene Äpfelchen. Das stimmt. Wie cool ist das denn? Moment mal. Wir können einfach unsere komplette Base aus Bedrock bauen. Das ist ja wirklich so nice. Bedrock ist wirklich richtig doll stabil. Und wir müssen uns wirklich so doll schnell beeilen, bevor naja die Milchwelle kommt. Das ist ganz so gar nicht gut. Gut, okay, okay. Oh, und schau mal, Kater. Unsere richtig doll sichere Bedrock Base sieht wirklich so doll nice aus. Hallöchen. Und du brauchst eine Treppe nach oben. Oh, das ist sehr nice. Hallo. Sehr, sehr, sehr cool. Okay, warte mal. Wir müssen wirklich richtig doll gut aufpassen, dass die Milchwelle hier unsere Base nicht kaputt macht. Das wäre gerade so gar nicht gut. Oh, oh. Oh, das stimmt. Okay, warte mal. Ich mache hier noch so Zinn drauf. Ist vielleicht nicht ganz so gerade. Alle sind symmetrisch, aber passt schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Epic, ich bin so gespannt. Oh, und Moment mal, Epic. Geht dahin, ich sehe was Weißes. Das ist bestimmt die Milchwelle. Die Milchwelle ist da. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Epic, wir haben keine Tür. Ich mache eine Tür. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh, die Milchwelle kommt immer näher und näher. Das ist ganz so gar nicht gut. Und der ganze Nether verwandelt sich einfach in Milch. Und schau mal, Katja. Die Milchwelle hat sich schon richtig doll groß ausgebreitet. Oh, das sieht ja wirklich richtig doll lustig aus. Oh, oh. Und die kommt immer näher und näher. Oh, 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 oh Gott. Und warte mal, hier wird jetzt einfach alles weiß. Oh, das sieht so doll lustig aus. Schau mal, Katja. Die Milchwelle hat unsere Base hier unten erreicht. Aber ich glaube, unsere Base hält der Milchwelle stand insgesamt. Oh, der Bedrock ist so gut, Epic. Ja, das stimmt. Oh, wie cool ist das denn? Und schau dir das hier mal an, Katja. Das ist sogar die Decke. Hier wird einfach alles mit der Milch überflutet. Oh, das sieht richtig doll cool aus. Oh, und schau mal, Katja. Die Milchwelle ist sogar schon hier hinten. Und unsere Bedrock Base ist so richtig doll stark. Oh, und das sieht wirklich so doll cool aus, wie die Milchwelle einfach hier über alles drüber fließt. Ah, wie cool. Und warte mal, was ist denn das hier hinten? Moment mal, das sieht aus wie eine Elytra und Raketen. Warte mal, äh, ab nach unten. Und zack, oh, oh. Oh, das sieht ja so nice aus. Moment mal, ist tatsächlich eine Elytra und Raketen. Ähm, Epic? Ja? Wo bist denn du da hingekommen? Äh, ich bin hier hinten. Hm, die Tür wurde einfach zerstört und da ist einfach die Milchwelle reingeflossen. Warte, Katja, ich baue den Milchblock ab. So und so und so. Ich befreie dich. Und, bitte schön. Oh, danke schön. Und schau mal, Katja, hier ist die Elytra. So und so, da ziehe ich meine Elytra an. Und dann haben wir noch richtig doll viele Raketen insgesamt. Guck mal, du bekommst natürlich auch die Raketen. Bitte schön. Dankeschön. Oh, und warte mal, Katja, jetzt können wir hier im Nether rumfliegen und schau dir das mal an. Die Milchwelle hat einfach schon richtig, richtig doll viel überflutet. Wie cool sieht das denn aus? Hier besteht einfach alles im Nether aus Milch. Oh, wie cool tatsächlich. Und Moment mal, hier fließt gerade die Milchwelle entlang. Das sieht ja wirklich richtig doll cool aus. Das sieht heftig aus. Oha, so viel Milch. Das stimmt. Und warte mal, ich lande mal hier. Und hier kann man sehen, wie sich die Milchwelle immer weiter und weiter ausbreitet. Oh, oh. Oh, das hat ja wirklich richtig doll viel Spaß gemacht, Katja. Wir haben uns einfach ein Portal ins Nether gebaut. Und hier im Nether haben wir einfach eine richtig, richtig doll sichere Bedrock Base gebaut gegen die Milchwelle. Oh, wie cool ist das denn? Und der ganze Nether, der wurde einfach von Milch überflutet. Oh, richtig doll nice. Oh, stimmt. Das war so, so cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.